Ich erinnere mich noch sehr deutlich an die Worte meines Vaters, so mit 40, 50. Ach, der Tod, hat er gesagt. Ach, mein Gott, ab in die Kiste und dann zack, das war's. Ja, und als es dann soweit war, mit Mitte 70 als Pflegefall, da hat er sich dann doch sehr ans Leben geklammert. Ich bin sehr froh, dass ich ihm da noch sagen konnte, dass ich ihn liebe, obwohl mir das in dem Moment nicht sehr leicht gefallen ist. Aber danach war es dann doch tatsächlich eine große Erleichterung. Der Tod kommt zu uns allen und man könnte also fast schon behaupten, ja, den Tod, den haben schon ganz andere Menschen überlebt. Ich persönlich denke, wir sollten den Tod nicht verschweigen, nicht versuchen auszuklammern. Wir sollten mit ihm umgehen können und wir sollten versuchen, und das ist mir ganz wichtig, uns in die Situation von Sterbenden hineinzuversetzen. Was würde ich denn gerne am Ende meines Lebens gerne nochmal besprechen? Mit wem würde ich mich gerne nochmal austauschen? Was würde ich möglicherweise gerne nochmal erleben? Wie würde ich mich gerne als Sterbender auf diese unausweichliche Reise begeben? Nach meinen Erfahrungen wird in Hospizen klar und ohne Schwere mit dem Tod umgegangen. Dann gehört der Tod tatsächlich zum Leben, wie es ja auch richtig ist. Und genau das kann es sein, was ihn uns akzeptabel und damit auch weniger schreckhaft macht. Und genau das kann man sehen, wie es ja auch richtig ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017